Beleguel Beleguel ist ein Engel in der christlich-jüdischen Tradition. Beleguel gehört insbesondere zur Engelsschar um den Erzengel Gabriel. Beleguel ist verantwortlich für den Neubeginn. Beleguel hilft, wenn du etwas Neues beginnen willst. Die Kraft des Anfangs, der Zauber des Anfangs, kann man personifiziert finden als Beleguel. Beleguel hat vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten mit dem hinduistischen Gott Ganesha. Ganesha will dir auch helfen anzufangen mit Enthusiasmus und mit Vertrauen.